Hallo, willkommen bei Conny Canarias Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. So, heute geht es mal wieder ein bisschen um die Vergangenheit. Hatten wir zwar schon mal, aber Wiederholung ist immer gut. Und zwar, das Partizip Perfekt wird mit dem Hilfszeitwort ABER gebildet. Und zwar werden dann bei den A-Erwerben ADO hintendran gehängt an den Stamm und bei ER und I-Erwerben wird IDO an den Stamm des Zeitworts mit dran gehängt. Ich mache mal ein paar Beispiele. Ich habe ein Kleid gekauft. He comprado un vestido. He comprado un vestido. Hast du schon gegessen? Has comido ya? Has comido ya? Antonio hat ein Bier getrunken. Antonio hat bebido eine Cerveza. Antonio hat bebido eine Cerveza. Wir sind ins Theater gegangen. Hemos ido al Theater. Hemos ido al Theater. Wo seid ihr gewesen? Donde habéis estado? Meine Eltern sind heute nicht gekommen. Mis padres no han venido hoy. Mis padres no han venido hoy. Also das Perfekt wird aus den Formen der Gegenwart von ABER und dem Mittelwort der Vergangenheit gebildet. A-Erwerben bekommen ein ADO an den Stamm und ER und I-Erwerben ein IDO an den Stamm. So, das reicht erstmal, aber es kommen noch ein paar mehr Sachen im nächsten Video. Muchas gracias. Hasta mañana. A-Erwerben. 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 A-Erwerben.